Nun geht es weiter mit der Sendung Stereobox. Wir stehen jetzt hier am Gelände beim Storchbödinger. Ja, ich sag, muss das machen, das kommt doch alles so drauf. So, bitte, wie steht die Lage? Was ist das für ein Teich? Das ist ein Fischteich mit Fischen drin, zum Angeln und zum Essen. Schmecken die Fische gut? Die Fische schmecken gut, ja. Wann wurde der Teich, wie sagt man, hergestellt oder gebaut? Gebaut. Gebaut wurde der Teich circa vor... Wir schreiben jetzt 83. Ich würde sagen, so vor zehn Jahren. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Und ich sehe da hinten so ein komisches Gebäude. Sind da Bienen drin? Ja, zu dieser Zeit sind die Bienen nicht drin, aber im Sommer ist es quasi der Sommersitz der Bienen. Sommersitz der Bienen, gehört das auch zu eurem Anwesen? Nein, wie du ja schon richtig siehst, steht das hinter der Umsäunung. Ach, das ist eine Umsäunung. Das ist eine Umsäunung. So, jetzt schwenken wir mal rum. Schwenken wir mal rum. Die Kamera folgt meinem Arm in diese Richtung. Mal ein bisschen schneller. So, da sehen Sie einen Baum, noch einen Baum und eine kleine Hütte. Obstbäume. Das ist eine kleine Hütte, da haben wir schon etliche Fäden gefeiert. Mit Frauen, mit Alkohol und so, ungegrillt. Und das Grillen war am schönsten. Aber heute ist leider das Wetter zu kalt zum Grillen. Aber wie der Besitzer von diesem Haus sagte, hätte er Schnaps drin. Vielleicht könnte er uns einen anbieten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Schnaps drin ist. Aber ich kann ja mal nachschauen. Ja, wir werden... ...aus hatten wir zum Grillen benutzt. Leider ist es, wie ich sehe, schon ein bisschen deformiert, kaputt. Haben Sie Schlägerei gehabt wahrscheinlich, die Jungs. So, kommen Sie mit der Kamera ein bisschen näher. Näher. So, so, langsam. Er schaut nach uns direkt. Knaps. Nichts, da. Macht er den Gieser auf. Puh. Was geht ja auch da? Was geht ja auch da? Was geht ja auch da? Ey, nun, was hat das für Geräusche? Gibt die Türen? So, so, so. Das ist der Tisch, der. Ja, so, so, so. Also, Georg, 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 Schorsch, guckt nach... Ah, er hat was. Ich glaube, er hat was gefunden. Er hat... Nichts. Abgekommen. Ich konnte schon dringen, da gibt's schon die Wette zu drin. No, dann trinke ich es auch nicht. Kennen Sie das Fleisch, soll ich das für Gift und Glück? Auf dem Sandus, ich war so gefahrt. Was der... Ja, dann will ich doch mal Auto drauf hoch. Mhm. Das geht doch mal. Ich muss nicht von da ab fangen. So, Schorsch, jetzt gehen wir da vor. Wovor? Wovor? Ey, du. Passt doch nicht. Warum nicht? Das hast du halt im Urwald aufgenommen. Wie ist Ihr aufgenommen. Hm,